Wie sieht die Bildung von morgen aus? In Zukunft werden wir noch schneller, noch mehr Informationen austauschen. Der Bildungsbedarf steigt enorm. Eine wichtige Rolle werden deshalb offene Lernmaterialien spielen. Sogenannte Open Educational Resources, kurz OER. Jeder kann sie frei nutzen und sogar weiter verbessern. Vor allem kleinere Einheiten wie Videos oder Infografiken werden so schnell an Reichweite gewinnen. Das unterstützen wir und verleihen den Small Open Educational Resources Award, den OPERA. Ob Video, App oder Online-Kurs, steht der Wissensbaustein unter freier Lizenz und ist er maximal sechs Minuten lang, gilt schnell bis zum Einsendeschluss einreichen. Eine fachmännische Jury kürt den Sieger. Die Preisverleihung findet auf der nächsten LearnTech statt. OPERA OPERA Jetzt bewerben! Übrigens, wir suchen auch Juroren.